so ihr lieben herzlich willkommen bei jens von minga gaming heute endlich mal wieder ein video zu einem unserer lieblingsspiele the hunter call of the wild ich möchte euch heute beginnend mit der südamerika maps in den nächsten wochen gerne mal ein paar hotspots zeigen und zwar wo ihr schnell relativ viel geld verdienen könnt indem ihr dort übermäßig viele abschüsse tätigt weil es in dem jeweiligen gebiet halt sehr sehr viele tiere gibt hier seht ihr einen see in südamerika ich möchte euch das ganze jetzt hier auch anhand eines live testes mal zeigen also schaut euch das video gerne mal komplett an so seht ihr auch dass das nicht bloß immer mal von irgendwelchen youtuber gelabert und geredet wird dass ihr da viel geld verdienen können sondern ich zeige euch das jetzt hier in einem live test an dem see mein loadout seht ihr auch und dann wünsche ich euch viel spaß dabei wenn euch das gezeigte gefällt natürlich freuen über einen daumen nach oben über nette kommentare und natürlich über euer kostenloses abo und dann würde ich sagen viel spaß mit dem gameplay und wenn bedarf besteht kann ich euch gerne in den nächsten wochen auch noch auf anderen maps weitere hotspots zeigen wo man in kurzer zeit viel geld durch abschüsse verdienen kann um entsprechend dann auch in seinem eigenen spielfort schritt weiter voranzukommen dann würde ich sagen viel spaß mit dem video und let's go und dann würde ich sagen viel spaß mit dem video abo und dann würde ich sagen viel spaß mit dem video abo und dann würde ich Vielen Dank. 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 Bye... 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 Bye...